Wenn wir einen Patienten zum ersten Mal sehen, wollen wir natürlich wissen, was vorher los war. Und idealerweise erhalten wir noch ein Begleitschreiben, ein Begleitbrief, das alle Informationen betrifft, wie Vorgeschichte beginnend von der Schwangerschaft, Geburt, frühkindliche Entwicklung, gräubere Erkrankungen. Medikamente, die das Kind bereits erhalten hat, auch die Nebenwirkungen sind uns wichtig. Manchmal spielt die Dosierung eine Rolle. Und diese Information enthält die Krankengeschichte bzw. das Akt, das wir bekommen. Aber es wäre auch sehr ratsam, dass Sie diese Information auch selbst haben, weil manchmal entgehen uns die Informationen. Und je mehr Zeit vergeht vom Beginn der Erkrankung, auch wir sind die Menschen, auch wir vergessen manchmal was. Und man kann auch nicht alles sich merken, insbesondere wenn es um eine sehr schwer behandelbare Erkrankung geht mit vielen, vielen Begleiterkrankungen. Was auch wichtig ist, dass man auch die Begleiterkrankungsinformation dem Transferbericht entnehmen kann. Zum Beispiel die Haut, Knochen, Lunge, Herz, ob alles in Ordnung ist, ob irgendwo noch irgendetwas ansteht und weitere regelmäßige Kontrollen benötigt sind. Und wenn wir das wissen, dann kann man rechtzeitig Ihnen auch helfen, einen Kontakt mit entsprechender Abteilung aufzubauen, die auf eine oder andere Sache spezialisiert ist. Wir wollen alle, wie die Kinderärzte, so auch Erwachsene Neurologen, eine reibungslose Übergabe haben. Und das sicherzustellen ist, sind mehrere Teilnehmer wichtig. Meistens ist das so ein Dreieck, das ist Patientin oder Patient, die Eltern, gemeinsam mit den Eltern und dann die Kinderärzte und die Erwachsenen Neurologen. Und um das ganz sicherzustellen, soll einerseits die Information von der pädiatrischen Seite kommen, idealerweise mit so einer Art Checklisten, was zusammengestellt wird in Anbetracht der Krankengeschichte und ergänzt das die Familie, also Patientinnen und Patienten samt den Eltern. Und diese Information wird dann weitergegeben an die Erwachsenen Neurologinnen und Neurologen und das in eine Begleitung und nicht nur in einmalige Übergabe, sondern eventuell wir sollten früher dazu gezogen werden und das im Rahmen eines Zentrums passieren. Manchmal ist das nicht möglich. Manchmal ist auch, die Menschen wechseln einen Wohnsitz, jemand geht weg, also ich meine die Ärzte, die auf das spezialisiert sind und die Information geht verloren. Deswegen wäre meine große Bitte und auch ein Rat, dass Sie selbst auch die Information bei jeder Vorstellung, jeder Kontrolle auch verlangen und auch Ihre Information auch selbst ergänzen. Und wenn Sie zu dem nächsten behandelnden Ärzteteam kommen und schon im Erwachsenenalter, dass Sie Ihre Kinder noch mit begleiten, glauben Sie mir, uns hilft das nur. Wir wollen ja auch, dass die Familienangehörige uns bei diesem schweren Prozess der Weiterbetreuung der Kinder auch mithelfen, weil sonst können wir eventuell die Behandlung nicht so korrekt fortsetzen. Wenn Ihr Kind erwachsen wird, dann kommen Sie vielleicht in eine Situation, wenn Sie zu den Erwachsenenärzten, Neurologinnen kommen, aber auch anderen Ärzten, die nicht gewohnt sind, mit den Eltern oder Angehörigen der Patienten auch die Gespräche zu führen, wird manchmal die Sache ein bisschen kompliziert. Es ist ganz wichtig, dass Sie das auch verstehen und auch versuchen, das Gespräch nicht sofort zu übernehmen, sondern wenn Ihr Kind das noch kann, eventuell teilweise auch dem Kind die Kommunikation zu überlassen. Wenn das aber nicht möglich ist, natürlich sind Sie verantwortlich, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo Ihr Kind dann noch in Ihrer Betreuung ist, dann, wenn möglich, die Besucher bei den Ärzten auch in Anspruch zu nehmen und auch mit zu begleiten.